Am Samstag war das 18. Schweinfurter Straßenmusikfestival. Pflaster klang 2016. 40 Solo-Künstler und Gruppen aus allen Himmelsrichtungen, von Ostfriesland bis aus Österreich, kamen nach Schweinfurt und spielten an allen Ecken und Plätzen, rund um die Spitalstraße, Marktplatz, Kesslergasse, an über 20 Spielorten, von 10 bis 16 Uhr. Leider konnte SWN nicht alles aufnehmen, denn es gibt ja auch in Deutschland diese wunderschöne GEMA. Viel Spaß beim Filmen. Von dieser Fernsehshow, Mutti sagt, wie heißt die noch genau? Bauer zu Frau. Ich würde meine Untergrund so gern mit einer teilen. Ich wünsche ihre Wäsche, würde ihre Nägel feilen. Ich wär ein guter Schwiegersohn, mehr treu dem Boot und häuslich. Warum, ihr Frau, in dieser Welt, finden ihr mich scheußlich? Ich bin ein guter Schwoesenschäcker, Aber auch einfach, wie heißt die Laufzeit, Ich bin ein guter Schwiegersohn, das kann sie nicht mehr entfernen, das kann sie nicht mehr ändern, Oh, mein, mein. Ich bin der wydaje, ich bin derart, ich bin derart, ich bin derart, ich bin derart, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020